lasst uns über themen mit dem eigenen körperbild bei männern reden in der letzten folge habe ich ein häufiges szenario erwähnt ein junger mann kontaktiert mich schickt mir den link zu einem bild vielleicht auf instagram oder aus anderen quellen auf dem internet häufig ist dann fitness model zu sehen und er sagt hey mark ich möchte gerne bis zum nächsten sommer genau so aussehen kann ich das erreichen und fast immer ist das ein unrealistisches ziel herzlich willkommen zu fitness mit mark wo sich alles darum dreht dass du nackt gut aussiehst und hier ist ein gastgeber beim eiweißpulver setzt er voll auf vanille du hörst fitness mit mark und dies ist folge 486 hey bevor es gleich losgeht kurzer hinweis auf meine newsletter maximale fitness minimaler stressfaktor das ist das motto jeden sonntag wenn der newsletter rauskommt schon über 30.000 menschen haben abonniert das ganze ist kostenlos und wenn du noch nicht dabei bist dann kannst auch du dir auf entspannte weise mehr fitness in dein postfach und in dein leben holen das ganze findest du auf marathon fitness.de schrägstrich newsletter link auch noch mal in den show notes wir waren beim zielbild warum sind solche fitness model bilder fast immer unrealistisch nun lass uns bei dem zielbild anfangen ich bin überhaupt nicht gegen die idee sich ziele zu setzen ich finde das ist sogar eine sehr gute idee ich habe eher ein thema mit der art von bild die häufig verlinkt werden meistens siehst du dort menschen die eine wirklich gute veranlagung haben die offensichtlich seit mindestens fünf jahren vielleicht auch zehn jahren konsequent trainieren und in diesen fitness model bildern siehst du häufig im körperbau wie er vielleicht einmal in 10.000 fällen vorkommt und was noch dazu kommt ist dass selbst ein fitness model so eine form häufig nicht länger als ein paar tage aufrecht erhalten kann häufig kommt noch hinzu dass gerade im fitnessbereich nicht allzu selten auch chemische verbotene hilfsmittel eingesetzt werden um möglichst gut muskeln zu erhalten und gleichzeitig einen sehr niedrigen körperfettanteil an den tag zu bringen ohne dabei wie ein offensichtlicher steroid user auszusehen und lass mich das ganz klar sagen ich behaupte nicht dass jeder der eine gute form hat der fit aussieht und durchtrainiert ist im internet nur für so ein paar tage so aussieht und dass jeder drogen nimmt um seinen körperbau zu verbessern was ich sagen will ist folgendes ein ziel sollte auf jeden fall erreichbar sein es ist eine gute idee wenn du dir erreichbare ziele setzt bevor du dich auf ziele stürzt die du vielleicht nie erreichen wirst oder von denen du feststellst dass der preis den du zum erreichen eines solchen ziel zahlen müsstest dir vielleicht zu hoch ist im prinzip kannst du dir in form kommen so vorstellen wie den kauf eines autos falls du mit autos gar nichts anfangen kannst sie es mir nach ich liebe autos und insgeheim träume ich immer noch davon mal ein porsche 911 zu besitzen ja und wenn du so ein auto fahren möchtest dann darfst du dich wahrscheinlich erst mal hocharbeiten es ist ziemlich unwahrscheinlich dass du dein traum auto schon ein oder zwei jahre fahren kannst nachdem du gerade den führerschein bekommen hast um sich so ein auto leisten zu können und es auch ordentlich fahren zu können brauchst du konzentrierte arbeit du brauchst hingabe und genau das gleiche ist es wenn du in form kommen willst der einzige unterschied ist folgender jeder mensch da draußen hat das potenzial genug geld zu verdienen um sein traumauto zu bekommen aber es gibt dinge auf die du keinen einfluss hast wenn es darum geht deine traumfigur zu erreichen der limitierende faktor ist deine genetische veranlagung lass uns zusammen einfach mal eine simple übung machen hier ist eine einfache methode die dir eine idee davon gibt wie es um deine genetische veranlagung bestimmt ist ich möchte dass du deinen daumen und deinen mittelfinger um eines deiner handgelenke liegst und zwar direkt über dem handgelenk knochen also da wo deine hand mit einem handgelenk knochen verbunden ist wenn sich deine finger überlappen dann hast du eher einen schmalen körperbaum wenn sich deine finger gerade so berühren dann hast du einen mittleren körperbau und wenn sich die fingerspitzen nicht berühren dann hast du einen breiten körperbaum im ersten fall also bei dem schmalen körperbau hast du in der regel sehr viel weniger muskelaufbau potenzial als jemand der einen kräftigen körperbau hat der autor david epstein beschreibt das ziemlich treffend in seinem lesenswerten buch die sieger gene und er schreibt dort der ererbte knochenbau hat viel damit zu tun ob man jemals das für eine bestimmte sportart erforderliche gewicht erreichen kann hallway vergleicht das skelett mit einem leeren bücherregal ein bücherregal das zehn zentimeter breiter als ein anderes ist wiegt nur geringfügig mehr füllt man jedoch beide regale mit büchern bedeutet plötzlich das kleine bisschen mehr an breite eine beträchtliche zunahme an gewicht das ist auch beim menschlichen skelett der fall bei messung von tausenden von spitzen sportlern aus fußball gewicht heben ringen boxen judo rugby und weiteren disziplinen hat hallway festgestellt dass jedes kilogramm knochen maximal fünf kilogramm muskeln tragen kann fünf zu eins ist also die allgemeine belastungsgrenze für das menschliche muskelregal zitat ende also das ist aus dem buch die sieger gene fand ich sehr lesenswert verlinke ich dir auch nochmal in den show notes man geht also davon aus dass du pro kilo knochen fünf zusätzliche kilo an muskeln halten kannst und ähnlich wie in dem bücherregal können wir uns auch den körper vorstellen wenn du einen eher breiten körperbau hast dann macht das einen riesigen unterschied im muskelaufbaupotenzial und dabei ist nicht nur die größe des rahmens wichtig sondern auch das verhältnis von muskel zu sehne bestimmt das wachstumspotenzial eines muskels das heißt das konkret nun lange muskelbäuche und kurze sehnen bedeuten kombiniert ein starkes muskelaufbaupotenzial ja und dann kann es auch sein dass die muskelbäuche kurz sind und die sehnen lang das wäre dann ein schwächeres muskelaufbaupotenzial und so sind wir alle ein bisschen unterschiedlich veranlagt die einfachsten muskelgruppen an denen du so einen unterschied erkennen kannst sind der bizeps und die waden lass uns noch einen test machen flexe mal dein bizeps also spann den bizeps an kannst du zwei finger zwischen den unterarm und den beginn deines bizeps muskels stecken also da wo der bizeps anfängt falls ja falls du da genug platz hast hast du eine lange sehne und einen kurzen muskelbauch an deinem bizeps das heißt jetzt nicht dass alle muskelgruppen an deinem körper die gleichen kurzen muskelbäuche haben wie dein bizeps du könntest kurze muskelbäuche an deinem bizeps und volle muskelbäuche an deinen waden haben was ich damit sagen will ist du hast starke muskelgruppen und du wirst auch schwache muskelgruppen haben wenn ein körperteil hartnäckig ist und nicht so richtig wachsen will dann liegt das wahrscheinlich an den kurzen muskelbäuchen an diesem körperteil jetzt kannst du dich natürlich auf dieses schwache körperteil versteifen oder du kannst dich auf deine stärken konzentrieren und lass dir eins gesagt sein du brauchst keinen perfekten körperbau um knallhart auszusehen dabei habe ich noch gar nicht über die drei körpertypen gesprochen die man häufig im kraftsport unterscheidet das sind der ektomorph der mesomorph und der endomorph also der eher schmal gebaute rahmen der mittlere rahmen und der eher stämmige rahmen dazu gibt es auch eine eigene folge das ist die folge fitness mit markt nummer 80 auch die verlinke ich dir in den show notes muss das hier nicht noch mal alles wiederholen sonst wird diese folge unglaublich lang da kannst du noch mal einsteigen in diese drei körpertypen und auch gleichzeitig feststellen zu welchem dieser typen du gehörst wir haben einen test ja eben schon gemacht mit dem handgelenk auch das gibt dir so ein hinweis in welche richtung du tendierst wir können an dieser stelle also festhalten für uns männer gilt im prinzip genau das gleiche wie auch für die frauen um die es ja in der letzten folge ging auch bei uns spielt die genetische veranlagung eine große rolle und wir können nicht alles verändern aber es gibt eben dinge die du sehr wohl und sehr deutlich durch training und durch ernährung beeinflussen kannst und genau darüber lasst uns jetzt mal sprechen was kannst du beeinflussen nun punkt nummer eins ist du kannst die zunahme deiner muskulatur also muskelwachstum in unterentwickelten muskelgruppen die du gerne vergrößern möchtest beeinflussen dort wo du zweitens schon einen gut entwickelten muskel hast kannst du dich auf die kraft zu wechsel fokussieren ohne dass du unbedingt noch mehr muskelvolumen drauf packst du kannst punkt mal drei deinen körperfettanteil absenken um eine größere muskel definition zu bekommen ja und wenn du dich noch an die letzte folge erinnerst können wir auch feststellen das ist im grunde genau das gleiche was in teil 1 dieser zweiteiligen serie für frauen rauskam und hier ist ein ganz wichtiger punkt es ist keine gute idee einfach auf teufel komm raus muskeln aufzubauen egal wie zumindest dann wenn es dir nicht um die schiere muskelmasse geht sondern du eben dir auch gedanken um deine proportionen machst und dann eine möglichst gute möglichst harmonische figur anstrebt es ist nämlich so dass viele muskelaufbau programme für männer die da draußen beworben werden ein fehler machen die konzentrieren sich nämlich auf die gesamt muskelmasse das siehst du häufig an den schlagzeilen an den headlines mit denen diese programme dann beworben werden da steht dann sowas wie hey du kannst mit diesem programm in nur drei monaten bis zu zehn kilo reine muskelmasse aufbauen oder das sind testimonials mit denen wormen wird oder da steht sowas wie pack 15 kilo muskeln drauf und verliere gleichzeitig körperfett oder sowas wie wie ich in sechs monaten 20 kilo muskeln aufgebaut habe ohne zu dopen und so weiter da steht einfach die schiere muskelmasse im vordergrund aber darum geht es ja gar nicht wo du muskeln aufbaust ist viel wichtiger als die gesamtmenge an muskulatur der hollywood schauspieler tom hardy ist ein schönes beispiel für einen mann der so viel muskeln wie möglich aufgebaut hat um seine rolle als bane zu spielen zum beispiel in dem film the dark night rises also der batman film von ich glaube 2012 ist herausgekommen sehr cooler film und wenn du ihn gesehen hast dann erinnerst du dich bestimmt an bane sehr muskulöser typ und er hat einfach für den film so viele muskeln aufgebaut wie sein körper das zugelassen hat ohne irgendwie auf die proportionen zu achten interessant ist dass der gleiche schauspieler ein paar jahre später in dem film mad max fury road auch mitgespielt hat und die meisten würden wahrscheinlich sagen dass tom hardy in dem film einen viel beeindruckenderen körperbau hat als ein paar jahre früher als bane in dem batman film faktisch hat er da aber deutlich weniger muskelmasse lasst uns über die ernährung für den muskelaufbau reden ich glaube die meisten männer die sich zum ziel setzen ich will so schnell wie möglich muskeln aufbauen essen viel zu viel wenn sie versuchen muskeln aufzubauen als ausgangspunkt empfehle ich in der regel kein allzu großes kalorien plus muskeln aufbauen willst darfst du ein bisschen ins plus gehen aber vielleicht fünf bis zehn prozent über deinem bedarf essen und gleichzeitig brauchst du natürlich ein feedback system also es ist eine gute idee wenn du muskeln aufbauen möchtest dass du nicht nur deine ernährung verfolgt sondern eben auch schaust wie sich dein körperbau verändert das kannst du messen über deine kraft werte über deinen körpergewicht und körperfettanteil und natürlich dann auch noch die muskelumfänge all das haben wir in vergangenen folgen ja auch schon mal behandelt lass uns noch mal ein beispiel nehmen was heißt ein plus von fünf bis zehn prozent angenommen du kalkulierst deinen kalorienbedarf mit meinem kalorienrechner link findest du den show notes und landest bei sagen wir mal 2400 kalorien am tag wenn du ganz konservativ rangehst also muskeln aufbauen möchtest und nur eine minimale fett zunahme in kauf nehmen möchtest dann würdest du dich eher an der unteren grenze bewegen also fünf prozent drauf packen 120 kalorien am tag wären das da landest du dann bei roundabout 2520 kalorien du kannst auch ein bisschen höher gehen zum beispiel mit zehn prozent dann auf 2640 kalorien als ziel wert das wäre dann so eine minimale bis moderate fett zunahme ja und wenn du deutlich drüber bist bei zum beispiel 3000 kalorien oder noch mehr dann wirst du schon eine ordentliche menge an fett zunehmen während du muskeln aufbaust was du dabei bedenken darfst ist es gibt hier mehrere variablen die ins spiel kommen der kalorienwert den jedem verwendet habe ist also nur ein beispiel es hängt unter anderem ab von deiner körpergröße von deinem aktuellen gewicht von deiner körperlichen aktivität und all das sind dinge die du in meinen kalorienrechner eingeben kannst und bekommst dann tatsächlich einen sehr guten wert ersten best guess mit dem du starten kannst in der regel ist dieser wert aus dem rechner auch besser und genauer als die werte die du von modernen trackern bekommst sei es uhren von garmin oder eine apple watch auch wenn die dir kalorienwerte rausgeben für deine aktivität und für deinen tagesbedarf habe ich die erfahrung gemacht dass dieser rechner tatsächlich immer noch besser funktioniert für den best guess mit dem du startest und abhängig von deinen fortschritten justierst du dann nach wenn wir über ernährung reden dann spielt im muskelaufbau nicht nur die kalorienzahl eine rolle sondern brauchst auch baustoffe also proteine muss sich damit aber nicht verrückt machen vielen männern fällt es schwer sich von dem glauben zu lösen dass sie unmengen an protein brauchen um muskeln aufzubauen oder auch muskulatur zu erhalten wenn du muskeln aufbauen möchtest dann gibt es eine gute faustformel ich glaube dass es ein guter ansatz ist zwei gramm protein pro kilo körpergewicht zu dir zu nehmen damit bist du gut aufgestellt und es gibt hier auch individuelle unterschiede es gibt menschen die mit 1,4 bis 1,5 gramm protein pro kilo körpergewicht auch wunderbar genauso gut aufbauen und es gibt einige die ein bisschen mehr brauchen als wissenschaftlich gesichert können wir ansehen dass der körper mit zunehmendem alter protein nicht mehr ganz so gut aufnehmen kann das heißt je älter du bist desto mehr darfst du auf das protein achten und auch gerne ein bisschen mehr zuführen damit die gleiche menge am ende vom körper verwertet werden kann ja wie sieht es mit der ernährung aus wenn du fett abbauen möchtest nun wenn du fett abbauen möchtest dann empfehle ich dir dich auf die wochen kalorien zu konzentrieren auch das habe ich in der letzten folge schon mal angedeutet das heißt du hast zwar ein tägliches kalorien ziel dass dir zum beispiel meinen kalorien rechner vorgibt und ich empfehle dir auf die ganze woche zu schauen weil du dann mehr flexibilität hast du hast zum beispiel die möglichkeit am wochenende gesellig zu sein dich mit freunden zu treffen essen zu gehen vielleicht auch das ein oder andere bier oder ein glas wein zu trinken und damit dein kalorien ziel zu überschreiten und das leistet dann an den anderen tagen in der woche wieder aus und das funktioniert auch wunderbar wie viel eiweiß brauchst du wenn du abnehmen willst gerade dann ist es eine gute idee auch auf die eiweißzufuhr zu achten ich empfehle im fett abbau ein bisschen höher zu gehen einerseits um die muskeln zu erhalten und zweitens weil eiweiß dich auch satt macht und satt hält und gute faust formel ist bisschen über die zwei gramm rüber zu gehen als ziel wert auch da du musst dich damit nicht stressen sondern das ganze als hausnummer ansehen zwei bis zweieinhalb gramm pro kilo körpergewicht ist so eine gute faust formel wenn du fett abbauen möchtest und was natürlich auch wichtig ist beim abnehmen ist dass du ein paar mal pro woche auch richtiges krafttraining machen solltest ich habe es schon so häufig erwähnt hier im podcast aber ich will es hier noch mal erwähnen weil es so wichtig ist damit dein körper sich von dem körperfett trennt brauchst du ein kaloriendefizit darfst also ein bisschen weniger kalorien essen als du verbrauchst eine gute hausnummer zu beginn ist ein defizit von 20 prozent bei unserem beispiel eben ein bedarf von 2400 kalorien am tag da landest du bei knapp unter 2000 kalorien was die makro nährstoff verteilung angibt gibt es verschiedene ansätze ich empfehle immer ein bisschen auf das eiweiß zu achten wie eben schon gesagt dann gibt es den low carb ansatz dass du also die kohlenhydrate ein bisschen reduziert meiner erfahrung nach kommen die meisten menschen damit ganz gut klar es gibt aber auch den anderen ansatz dass du bei den fetten ein bisschen aufpasst und weiterhin kohlenhydrat reicher ist wir können am ende sagen dass was zählt sind die kalorien und gerade beim abnehmen hilft es immer auf lebensmittel zu achten die eine niedrige kaloriendichte haben die viel volumen bieten wie zum beispiel wasserreiche lebensmittel viel obst und gemüse und das hilft dir dann auch beim dranbleiben und gibt dir gleichzeitig viele wichtige nährstoffe die dir energie geben okay das thema training haben wir noch offen ich merke gerade auch diese folge wird eigentlich viel länger als ich dachte mein ziel ist es dir einen groben überblick zu geben in anderen folgen gehen wir mehr in die tiefe deswegen hier vielleicht den wichtigsten punkt wenn es um das training geht du willst ein gleichgewicht zwischen drei trainingsvariablen hinbekommen einerseits trainingsumfang zweitens trainingshäufigkeit und drittens trainingsintensität damit meine ich dass du wenn du eine dieser variablen veränderst also hochdrehst zum beispiel wie so ein schieberegler die beiden anderen variablen anpassen darfst lass uns ein paar beispiele durchgehen wenn du ein langes training mit vielen trainingssätzen absolviert also ein hohes trainingsvolumen absolviert dann brauchst du zeit damit deine muskeln sich erholen können du solltest also ein bisschen seltener trainieren und du solltest auch mit weniger intensität trainieren wenn du jede muskelgruppe ein paar mal pro woche trainiert also mit einer höheren trainingsfrequenz dann sollte das trainingsvolumen pro trainingseinheit niedrig sein auch die intensität des trainings sollte dann nicht allzu hoch sein um den muskel nicht zu sehr zu schädigen du willst also das optimum aus belastung und erholung finden und da spielen diese drei variablen eine große rolle würdest du jetzt beim training jeden trainingssatz bis zum absoluten muskelversagen durchziehen dann trainierst du mit einer sehr hohen intensität und dann sollte das trainingsvolumen niedrig sein und du musst gleichzeitig warten bis sich die muskelgruppe wieder erholt hat bevor du wieder ins training ist also eine niedrige trainingsfrequenz einen guten rahmen wie du das umsetzen kannst gibt dir mein erstes buch looking good naked mit beispiel trainingsplänen und es ist auch eine gute idee die muskelregeneration zu messen da gibt es bestimmte parameter subjektive dinge auf die du achten kannst und auch ein paar objektive messgrößen die du erfassen kannst in folge 305 erfährst du mehr dazu und den link zur folge findest du in den show notes ich hoffe in der folge waren ein paar ideen paar neue anregungen für dich dabei ich wünsche dir viel erfolg viel spaß beim training eine info habe ich noch zu den nächsten folgen die nächsten fünf folgen sind best of folgen robert aus dem team marathon fitness setzt sich jedes jahr hin und sucht für dich die meist gehörten folgen des letzten jahres zu allen elementen der mark formel raus und das feedback das ich häufig zu diesen best of folgen bekomme ist das dranbleiben mir sagen mag ich habe die folge jetzt noch ein zweites mal gehört und ich habe daraus was ganz neues für mich mitgenommen vielleicht wunderst du dich das ist dir auch so bietet falls du diese folge hörst du noch nicht abonniert hast über apple podcast spotify oder andere plattform dann solltest du das schleunigst ändern denn die beste möglichkeit dran zu bleiben ist wenn du dir diesen podcast kostenlos auf dein phone oder dein lieblingsgerät liefern lässt du kannst ganz einfach abonnieren indem du auf apple podcast gehst und dort nach fitness mit mark suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst dort auf abonnieren wenn dir dieser podcast gefällt dann kannst du auch was zurückgeben geh auf apple podcast oder auf spotify gibt mir deine fünf sterne bewertung und schreibt was nettes ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein versprochen der punkt ist der mit deiner bewertung hilfst du dass dieser podcast leichter gefunden wird von menschen denen diese infos auch helfen könnten um ihren körper zu verbessern um nackt gut auszusehen also kennst du jemanden dem dieser podcast helfen würde denn das beste kompliment dass du mir machen kannst ist eine weitere empfehlung ein Bis zum nächsten Mal.